hallo und grüß euch willkommen aus der kleinen garage wir sind wieder zu hause zurück von der reise montenegro war das hauptziel ein kleiner teil von albanien aber es geht heute vorabend darum wie hat das motorrad gehalten die honda transalp hat diese strapazen überstanden und ich kann euch sagen wir sind da wirklich harte partien gefahren also für mich war es hart wir schauen uns das an vor allem das federbein weil das federbein ist meiner meinung nach das wichtigste gewesen was ich an dem motorrad verändert habe also los geht's so ich habe mir das federbein ganz genau angeschaut ich bin mit einer endoskop kamera hingefahren zum unteren federteller der war trocken und dann der kolbenstange entlang bis zum kolbenausgang alles starb trocken eh klar habe ich mir nicht anders erwartet auch die performance war phänomenal also ich habe im letzten video was über das federbein gegangen ist gesagt dass der richtige test erst im urlaub kommt auf der reise wir waren ja jetzt in albanien und montenegro und wir haben es ganz hart hergenommen die motorradln sind an die grenze gekommen ans material also das hat gestöhnt und geächt ein paar stürze habe ich gehabt das hat ein bisschen was zerstört und die federbeine haben durchgefedert komplett im gebäck hinten oben gehabt was mir besonders gut gefallen hat war dass man wenn man erschöpft ist und schon länger stehend gefahren ist aber einfach hinsetzen können und das federbein hat die stöße locker aufgenommen das wäre mit dem ist federbein nicht möglich gewesen weil wenn ich mit dem so gefahren bin dann hat man die bandscheiben hinten ausgeschmissen also das war schmerzhaft das hat einfach nicht funktioniert also fazit ist das beste was man am fahrzeug machen kann die beste investition überhaupt ist das fahrwerk da kann man sich solche scheinwerfer kaufen oder so tolle masken machen oder sonst noch was das nützt alles nichts erst das federbein verändert das fahrzeug wirklich und zwar zum guten wenn man sich ein gutes einbaut also ich kann das jeder empfehlen jedem empfehlen wenn er was machen möchte und investieren möchte dann soll er sich bitte ein gutes federbein kaufen weil das ist das beste überhaupt das ist einfach super so allgemein würde ich auch noch ganz gern was sagen zur transalp also zu dem speziellen umbau der eben im gelände mehr leisten sollte also normale transalp das tut er das ist einmal klar auf alle fälle aber es gibt grenzen und diese grenzen sind mir diesmal untergekommen es ist wirklich so dass leider die front obwohl eine afrika twin gabel verbaut ist schlecht ist für das harte gelände es ist kein cartridge drinnen die gabel federt herum schlägt aber die performance wenn es wirklich um schnelle bewegungen geht ist wirklich schlecht leider was gibt es für lösungen ja vielleicht kennt ihr eine lösung vielleicht wisst ihr eine möglichkeit eine cartridge zu verbauen ich habe firma gefunden eine italienische firma ich hätte sogar angeschrieben sie haben nicht geantwortet das dürfte relativ uninteressant sei für die aber ich probiere es noch einmal ich kann mir vorstellen dass das für viele interessant ist ich habe zwar vorne wilbersfedern drinnen weil ja wilbersfederbein habe aber das ist zu wenig das da fehlt es um einiges also hat jemand von euch eine cartridge verbaut das würde mich sehr interessieren also wirklich und oder hat jemand eine ktm gabel verbaut von einer 640er oder so von einer adventure das würde mich interessieren dazu bitte kommentare vielleicht können wir da ein bisschen mehr draus machen vielleicht wäre das ein geiles winterprojekt dass man sagt okay man greift da noch einmal hin und baut tatsächlich ein anderes fahrwerk vorne auch ein beziehungsweise ein cartridge wäre vielleicht eine möglichkeit mal schauen was die firma in italien sagt wenn ich es noch einmal anschreibe vielleicht zu einem besseren zeitpunkt weil ich habe es mitten in der saison geschrieben da werden die ein bisschen gestresst sein ja was vielleicht auch noch erwähnungswert wäre ist mein motor mein motor braucht öl das ist was neues das hat er vorher noch nie gebraucht da stellt sich die frage ob der motor tatsächlich 48.000 kilometer oben gehabt hat wie ich ihn gekauft habe also das fahrzeug oder ob es nicht 148.000 waren und wie ihr alle wisst beim wechseln des antriebssatzes haben wir ja gesehen dass meine antriebswelle mehr oder weniger kaputt ist hat aber jetzt super durchgehalten mit diesem ritzel mit dem speziellen wer das nicht gesehen hat dieses video kann ich jedem empfehlen sich das richtige ritzel einzubauen das schont die welle auf jeden fall das ritzel hat mich gerettet jetzt für diese reise aber es ist keine dauerlösung ich bin auf der suche nach einem motor mit wenig kilometer der super geht natürlich und der bitte nicht 350 euro versandkosten hat das wäre super vielleicht hat in der gegend jemand einen herumstehen vielleicht jemand eine transalp die er loswerden will wo der motor noch in einem guten zustand ist das wäre super dazu bitte anmerkungen mehr gibt es jetzt nicht mehr zu sagen in diesem sehr kurzen video einmal das ist einmal eine ausnahme also macht es gut ich freue mich auf das nächste video wenn ich das präsentieren darf liked die videos, teilt den daumen hoch und vor allem schreibt mir was drunter das taugt mir immer voll ja und wenn es geht teilt es bitte dass viele sehen können also alles gute die saison ist mittendrin für manche schon fast vorbei manche überlegen sie schon was können wir machen was was enden wir an unserem vorzeig schreibt mir das das würde mich auch freuen was habt ihr für winterprojekte der winter dauert noch lang bis er kommt aber ich überlege auch schon was mache ich im winter weil wie gesagt in der werkstatt was zu machen ist immer besser wie fernsehen also tschüss alles gute ja